Xxvii auf dem Septemberfest Zeit für Henglei sich umzuschauen. Seine beiden Freunde lassen die Schulter hängen. Gerade will Henglei mit ihnen besprechen was nun zu tun ist, als die kleine Evi Lundbaden angeschossen kommt. Hallo, ich bin Evi und ich glaube euch. Platzt sie los. Henglei sieht sie fragend an. Sie legt nach. Mehr noch ich kann euch sogar helfen. Wie helfst du wollen uns? Fragt jemand mit leicht geschwollener Nase. Klein zu bist du. Aber doch ja, wichtig es ist sehr. Brauchen wir Hilfe tun ganz. Henglei räuspert sich. Ich glaube es ist Zeit für eine echte Vorstellung. Mich kennst du ja schon, diejenige welche da drüben ist. Pacharapek-Abon aus der Provinz Xanbure vom Trivi im Rassistem. Neugierig schaut Evi die junge asiatische Diplomaten-Tochter an, Pacharasi zurück, wie immer eher zurückhaltend. Es ist ihre angeborene Natur. Ja, die Unterschiede sind riesig. Auf der einen Seite die hellblonde Nordmann-Tochter mit strahlend blauen Augen, auf der anderen Pacharapek-Abon mit ihren schwarzen Mandelaugen und langer glänzender Pechschwarzer Mähne. Vielleicht deswegen sind sich beide gleich sympathisch. Sie winken sich zu und sagen Hi. Jetzt wird's komplizierter für Henglei, jemand ganz besonderes wartet nun darauf vorgestellt zu werden. Mein zweiter Mitstreiter hier ist Zwienlnisch. Geil Verzeihung ist Zwienlnisch, der Ober vom grünen Jungen und Trümodes Trivi. Er spricht ein bisschen verdreht, aber sonst ist er die Wucht. Guten Heil, du gibst der Angesprochene sofort zurück. Du bist wer? Als schneller Lerner streckt er ihr gleich seine Hand entgegen. Evie geht daraufhin auf ihn zu und schüttelt sie. Ich bin Evie Lundbaden, stolze Packenderin hier aus der Provinz Saabsburg. Ist es schlimm mit deiner Nase? Zwienl gibt sich rau und robust. Noho! Klar, alles ist schon sehr gut. Dran noch fest, haha! Nun ist es Zeit für Evie das Zepter in die Hand zu nehmen. Dies hier ist ihre Domhelm. Los kommt mit zu mir in mein Zelt. Später gehen wir dann tanzen. Auf dem Septemberfest. Die Truppe zieht los, bald ist der Zeltplatz der Parkina erreicht. Evie wohnt ziemlich innen am Rand, in der Nähe der Rocktas, was Henglei gleich bemerkt. Sofort fasst er einen Plan, aber erstmal gilt es diesen seinen Freunden mitzuteilen und vor allen Dingen diese junge Parkinerin zu überzeugen. Was feiert ihr eigentlich genau am Septemberfest? Fragt Patjara neugierig die neue Mitstreiterin. Evie beginnt zu erzählen. Tja, wenn ich das nur wüsste. Die einen sagen die Bären-Saison, die anderen das Ende des Sommers. Wissen tut es keiner. Aber dafür haben wir eine große Schuhbühne mit den Top-Acts der Parkin-Schnuppke. Patjara und Henglei sehen sich an. Was wohl nach Galaktik und Andres-Love-Songs diesmal kommt? Ach was freue ich mich auf Hell-X meine Lieblingsband. Die leben zwar noch in der Zeit vor dem Erstkontakt vom Trivi aber bangen dafür umso toller. Sagt sie strahlend. Jetzt oder nie denkt sich Henglei und bringt seinen Plan auf den Tisch. Hör mal, Evie. Direkt da draußen vor unserer Nase habe ich viele Rocktars parken sehen. Ja, Regierungsschiffe sind auch darunter antwortet sie stolz. Die sind immer startklar, der Komm steckt. Wir sind auf alles gefasst. Aha, Henglei sieht sich um. Patjara und Swinilne schlinsen sich an, denken dasselbe wie er. So unauffällig wie irgend möglich fährt er fort. Evie, du glaubst uns doch. Wir müssen hoch zum Exo. Ihr Lundbaden kennt uns Westerburgs schon lange. Du kannst mir vertrauen. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Evie sieht ihn fragend an. Henglei hat keine Ahnung wie sie reagieren wird. Sie wird zwar kaum schreien zu ihrem Herren Papa rennen, aber ein verschwundener Rockter kann selbst die Tochter des Regionsfurchtes in Bedrängnis bringen. Fraglos sagt sie schließlich. Die Zeit der Diplomatie ist auch schon vorbei, so schnell geht das bei Kindern, der junge Prinz kommt auf den Punkt. Evie, wir müssten uns mal kurz einen Eurer Rocktars leihen. Ich verspreche auch darauf aufzupassen. Die Reaktion der Evie Lundbaden fällt anders aus als es jeder erwartet hatte. Genauso sehr ihr Vater Henglei als fantasierendes Kleinkind abgetan hat, so überrascht nun die Antwort seiner einzigen Tochter. Wenn das alles ist? Klar, aber ich komm auch mit. Sofort hebt Henglei die Hand und schüttelt den Kopf. Nein, das auf keinen Fall. Aber danke. Tausend Dank. Das werde ich dir nie vergessen. Ich würde am liebsten gleich abhauen. Juhu jawohl geht's zu Kruk auf. Swinelnisch ist aus dem Häuschen. Er macht Gästen wie ein siegreicher 100 Meter Läufer dazu. Evie hingegen zieht eine Schnute. Ich will aber auch mit sagt sie mit verschränkten Armen. Du hast noch Zeit deine Meinung zu ändern, Henglei meint sie wenig begeistert. Ihr müsst nämlich warten. Jetzt ist es unmöglich ungesehen zu starten. Später beim Konzert, wenn alle angetuddelt sind, ja, dann stehen eure Chancen gut. Da ist was wahres dran denkt sich Henglei und war erstmal zufrieden. Die Details kann man auch später noch klären. Ab diesem Zeitpunkt vergehen die Minuten wie Stunden. Für Henglei weil er so schnell wie möglich los will, für Evie weil sie so gespannt auf ihre Lieblingsband ist. Endlich ist es soweit. Evie, frisch herausgeputzt im Kampfanzug, hat zur Feier des Tages noch ein seltsames Amulett umgehängt. Kaum waren sie vor dem Zelt bemerkt, Henglei, dass alle Parkinger diesen sogenannten Höhlenhammer um ihren Hals hatten. Dieses Symbol stammt anscheinend noch aus Urzeiten. Zum Glück reinigt sich die moderne Lotuskleidung unserer drei blinden Passagiere von selbst. Was ein Matsch. Patjara ist zwar hart im Nehmen, aber das war selbst ihr eine Nummer zu toll. Die Dämmerung fällt langsam in diesen Breiten, der Moshpiet ist auch erst zur Hälfte gefüllt. Immer diese blöden Vorgruppen ärgert sich Evie. Independent Zeug ist mir zu lasch. Tatsächlich stolpert gerade vorsichtig eine verdächtig-alternativ-aussehende Truppe auf die Bühne. Einige der rauen Parkinger zeigen mit den Fingern auf sie oder schütteln leicht den Kopf. Dann legen sie auch schon los. Hi, die sind ziemlich gut. Von den Parkingern scheint das jedoch niemand zu bemerken. Henglei schnalzt mit den Fingern und zeigt auf Patjara, dann beginnen sie zu tanzen. Wie Kinder. Sie klatschen sich ab, hüpfen talentiert im Matsch hin und her. Sie sind die einzigen. Evie schüttelt verständnislos den Kopf. Einige Parkinger stehen mit dem Rücken zur Bühne. Sie zeigen auf ihre Weise, was sie von der Vorgruppe halten. Swinilnisch hört zwar zu und sieht auch interessiert hin, aber Gitarrenmusik ist auf gar keinen Fall sein Geschmack. Blieb blut. Für ihn muss es wesentlich elektronischer Dudeln. Die Vorgruppe verabschiedet sich, exakt zwei Zuhörer applaudieren, einige Parkinger johlen. Es ist inzwischen dunkel, auf der Bühne vorne werden die Instrumente umgebaut. Zeit für Henglei Ewe erneut ins Gewissen zu regen. Ewe, das Festivalgelände ist fast voll. Bald sind alle hier. Wir müssen jetzt los. Wie kommen wir in so einen Regierungsroktor rein? Hast du einen Clan? Klar hab ich den antwortet die angesprochene. Hier in meiner Hand, von meinem Vater Stibitzt. Ein kleiner Druck auf die Fernbedienung und schon springt Dr. Park L.S. auf. Leicht zu finden. Ist der große Außen mit Aufschrift Lund-Button. Da wäre nur ein Problem. Ja, fragt Henglei. Ich will auch mit. Aber erst nach dem Konzert. Metal. Grüllt sie. Henglei prustet durch. Heavy Metal schön und gut. Jetzt ist der Zeitpunkt zu verschwinden. Außerdem. Komm klar. Dein Vater hat bereits deine Mutter verloren. Es ist vollkommener Schwachsinn, dass du dich jetzt auch noch in Gefahr begibst. Mein Vater und deine würden mir das niemals verzeihen. Evie sieht ihn darauf hin an und senkt dann ihren Blick. Diese schlagkräftigen Argumente kann man schwer wegdiskutieren. Sie reibt sich den Hinterkopf. Schließlich meint sie lapidar. Okay armer Prinz. Hier ist dein Schlüssel. Aber ihr bleibt noch bis zum Auftritt. Die müsst ihr gesehen haben, hellüäa. Henglei schnappt sich die Fernbedienung und drückt die neue Verbündete kurz. Nun heißt es warten um sich dann möglichst unauffällig zu verdünnisieren. Aha, der Umbau ist beendet. Die Bakinas planieren mittlerweile laut den Namen des Heraklinas. Sie sollen endlich erscheinen. Um Himmels Willen. Nun ist es soweit. Eine schwarz-rot verschmierte Sturmtruppe entehrt die Bühne. Das Gegröle ist kaum noch auszuhalten. Evie fliegt aus, Patjara hält sich ihre Ohren zu. Ein kreischendes Geräusch wie aus einem Sägewerk eröffnet den Reigen. Unglaublich dass eine E-Gitarre zu sowas fähig ist. Der Sänger im Kampfanzug hat Stacheln an Armen und Beinen. Er wirft sich in Position. Sein Gegrunze dringt durch Mark und Bein. Evie schüttelt ihr Hauptherr in Trankze. Alle Parkinger tun ihr gleich. Unsere drei Helden sehen sich ungläubig an. Dann nimmt Henglei seine Hände neben den Kopf und wedelt mit den Zeigefingern Richtung Ausgang. Oder Grunzmusik keine solche. Mein Zwino verstört auf dem Weg raus. Aber sagen wir's mal so wer Galaktik kennt hält auch Hell-X aus. Viel schlimmer als alles was die unbändigen Metaller auch säden, grunzen und gurgeln ist sowieso jemand ganz anderes. Gegen eine zierliche Zigeunerin Mitte 30 mit ihren grauen voll geheulten Liebesliedern haben sie keine Chance. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.